Ein zeitgenössisches Kunstlied für Sie mitgebracht. Es ist von einem polnischen Komponisten, Grzegorz Pyszczotek, aber er hat diese Oper auf Deutsch geschrieben. Also es ist ein Auszug aus seiner Oper, die ursprünglich mit vier Stimmen gesungen wird, ohne Inszenierung. Es kommen Tiere vor in Form von Fabeln. Also dabei geht es aber weniger um die Tiere an sich, sondern eher um den Bezug zum Menschen. Und der Komponist möchte hier seine tiefsten Gefühle zum Ausdruck bringen. Also eine traditionelle Fabel hat ja immer eine Intention. Und so geht es um das ursprüngliche Gefühl, das wir in uns tragen, und zwar der Kampf. Und das will er sagen. Das Lamm, der Wolf, auf der grünen Wiese. Das Lamm, der Wolf, auf der grünen Wiese. Der Habicht, die Gegenwart, Sturm. Es war der Habicht, und er schreit kurz. Also das ist tatsächlich von harte Kerkeling und es existiert nicht ein Stück. Oder aber googeln Sie das unbedingt mit harte Kerkeling. Weil da kommt auch so ein seriöses Kunstlieb. Er macht es auch mit kolonischem Akzent, darauf habe ich verzichtet.